so freunde willkommen zu einer weiteren ausgabe wissenswertes aus der woche wir sind ein wenig spät dran heute aber besser spät als nie und ja wir fangen direkt an würde ich sagen ich habe jetzt hier keine pvps gemacht das ist also ein habe ich gemacht die restliche kiste war noch von gestern abend da ist die aufgegangen da habe ich dann die rates gemacht die ich übrig hatte ja ich musste das kann ich schon mal vorweg sagen ein wenig aussortieren bei den verschiedenen loots ja also ich habe manche genommen jetzt ungefähr gleich waren die habe ich dann halt da habe ich dann geguckt okay von einem kannst du nicht mitnehmen kannst du also von den dreien dieses ungefähr das gleiche schicken willst du jetzt ein aus das heißt wenn jetzt der loot und dir nicht dabei ist ja dann zum einen tut es mir leid und zum anderen schickt einfach nächstes nächste woche wieder und schreibe einfach dazu dass ich das beim letzten mal nicht gezeigt habe und wenn ich dann mich wieder entscheiden muss dann nehme ich natürlich die bevorzugt dann die ich dann einmal nicht genommen habe ja dass das alles ungefähr ausgeglichen ist dass ich nicht immer die gleichen leute nehme sondern dann halt auch einmal zwischendurch ein bisschen auswählen gut ja ich sammeln mal eben hier ein sondern dann sammeln wir ja auch direkt schon mal die kiste ein okay das hat sich nicht gelohnt gucken wir erst mal was wir hier alles so haben also hier habe ich schon eingesammelt da machen wir gleich die eine beschwörung die denn da übrig ist hier das habe ich noch nicht eingesammelt einmal wieder auf gratis gehen jippie jay jay Hof der Rosen Hof der Rosen war eigentlich immer ganz gut da habe ich immer hier die für 4 Euro die Münzen die Event Münzen abgestaubt aber da mich das Event nicht so wirklich interessiert wenn ich ehrlich bin war ich mir das und der Hof der Rosen kann eigentlich weg freue ich nicht gut ähm weitere Angebote hier gehen wir erstmal hier weiter hier sieht man ich habe nichts gekauft ja das was ich gegebenenfalls mache ist hier nicht alle also drei vier stück oder sowas hier so fünf Euro oder sowas fünf Euro für tausend Juwelen ja kann man mal machen aber wie gesagt bisher noch nicht den Rest mache ich hier nicht weil dafür juckt mich das Event halt zu wenig und wenn ich selbst wenn ich jetzt sage ja ich kaufe das und hebe die einfach auf könnte ich machen ja ähm aber irgendwie habe ich dann immer so das Bedürfnis so jetzt hast du die Münzen dann dann versuch doch jetzt einfach mal vielleicht kriegst du ja den Helden na und dann stehe ich immer da also ich kann sachen aufbewahren ja aber ähm man muss sich ja nicht selber irgendwie dann in eine Bredouille bringen oder sowas ne deswegen lassen wir das einfach das brauchen wir natürlich auch nicht was haben wir hier haben wir sogar items von ne das äh wo habe ich das denn nochmal gekriegt beim Titan oder wo war das oder war es in dir ja war beim Titan meine ich ähm ja brauche ich alles nicht das brauchen wir auch nicht hier Materialien sehe ich eigentlich auch erstmal ganz gut da also brauchen wir auch nicht gut Angebote wird heute ein ein äh Tag für umsonst sozusagen gut ähm dann gehen wir mal eben hier hin so hier haben wir hä ach ja doch die habe ich gestern rausgehauen ja ich sag auch gleich warum so hier machen wir eben die eine Beschwörung im Optimalfall kriegen wir direkt eine Super Alpha schade knapp daneben äh gut okay das sind wir damit auch durch mit diesem Portal ähm ja wo waren jetzt die äh Silbermünzen hin die Silbermünzen sind hierhin gewandert zu einem mal den schauen wir uns mal eben an das sind 3 Sterne aber der 3 Sterne wird einige Leute freuen dass ich es getan habe hier selten ist fertig ja er ist hier mit Limit Break und 20 Emblemen ich habe es geschafft ich habe es getan er ist jetzt erstmal am Start ist ein Kandidat der einen doppelten Limit Break vielleicht irgendwann mal kriegen könnte aber ich habe ja gesagt bei 3 Sterne solange ich da noch einigermaßen mithalten kann mit meinen Limit Break einzeln ist das gut da sehe ich keinen kein äh kein Bedarf das da irgendwie äh hoch zu schrauben bei 4 Sterne ist noch so die Argumentation ja könnte man ja im Krieg mitnehmen ja ich habe Zyprian äh immer mal wieder im Krieg mitgenommen jetzt wurde er ja so ein bisschen an seinen Druiden da rumgenervt deswegen eher nicht mehr für Turniere ist er aber immer noch gut genug und Lee nehme ich auch im Rush halt mit ne und für Turniere und sowas also das hat sich auch gelohnt es werden ausgewählte 3 Sterne und 4 Sterne Helden werden äh bei 3 Sterne erstmal halt halt nicht erstmal ausgewählte 4 Sterne nicht alle ein paar primär Season 1 ja vor allem wenn sie dann auch den die Thun Variante haben vielleicht tatsächlich dass ich überlege bei 3 Sterne so ein Balthasar Thun doppelt zu Limit Breaken weil ich habe gesehen der macht ja mehr Schaden bei bei Lichthelden ja und ich meine ein Limit Break 2 Balthasar hat bei einer Limit Break 1 Anne 800 Schaden gemacht das fand ich schon krass ich weiß jetzt nicht mal ob da ein Deathdown drauf war oder sowas ähm aber das hat mich schon beeindruckt ja ähm das fand ich enorm viel ähm ja ich hoffe ich habe mich da jetzt nicht mehr nicht verguckt oder sowas aber ich meine das sah sah so aus wie 800 Schaden und das war das hat mich beeindruckt deswegen ist er jetzt ja auch wieder drin er geht jetzt raus dann kommt ein neuer gelber rein ja da weiß ich aber noch nicht genau wen ich da mache aber ich habe hier Thalassa angefangen ja also ähm die ist jetzt so als nächstes dran immer mal wieder wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier alle Slots belegt hier zack 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 das geht alles hinterlasser und ähm ja ich habe gestern die Silbermünzen genommen weil er hatte am Ende des Tages sein Special da war bei 4 von 8 als er fertig war ja da habe ich dann die Silbermünzen genommen um halt mehr Helden zu haben um dann halt zu gucken dass man das schnellstmöglich halt voll kriegt die 100% damit das Special dann hoch geht so was haben wir hier genau das habe ich gerade noch gemacht ok das sind PvP's habe ich ja heute erst einen oder gar keinen gemacht ich meine einen habe ich gemacht aber da habe ich noch nicht drauf geachtet ähm ja hier das wird dann die PvP Truhe sein gut da sind wir also auch komplett im Soll hier das haben wir schon gemacht die Prüfung der Gerechtigkeit die müssen wir noch machen das müssen wir auch Saison der Liebe müssen wir auch mal ein bisschen spielen wie sieht es beim Event aus können wir mal eben reingucken ja 10.000 sind easy gesichert Top 5.000 sind auch easy gesichert und Top 1.000 würde ich sagen sind auch easy gesichert wie sieht denn das aus was muss ich denn hier erreichen um Top 100 zu sein nicht dass ich da Bock zu hätte ist gar nicht so viel ne ah Cerrado schön he 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 mit der eine Tom auch ja nicht schlecht ok geht eigentlich ne also wenn ich mir das so angucke wenn ich mir dann aber auch angucke dass ich halt hier die alle verbessern könnte gut da muss man aber auch fairerweise sagen hm ich müsste die anderen auch noch verbessern ne also es reicht nicht wenn ich die verbessere dass ich in die Top 100 komme und da werden auch noch in den nächsten 18 Stunden noch genug Leute versuchen reinzukommen deswegen ist das Event für mich beendet brauche ich gar nicht weiter gucken alles gut alles alles im Soll ja ja dann fangen wir erstmal mit dem Basics an was wir sonst auch immer machen Truppen abholen zwei Grüne ok hier füllen wir einmal auf dann Alka Shards zack was haben wir hier jeweils eins ok ich warte immer noch darauf dass wir da mal wieder ein 4 Sterne Material rauskriegen ne Ringe oh puh ich glaube Ringe habe ich eigentlich genug hm ich würde mal wieder Pfeile reinhauen ja aber nicht jetzt so was können wir kombinieren nehmen wir 1 4 hier haben wir 3 2 hier haben wir 1 7 nehmen wir 1 7 und hier haben wir 3 9 3 ja dann nehmen wir die 3 ok da war jetzt nicht so gravierend was dabei mhm Krieg läuft Livestream ist nachher ja das werden wir wieder sehen was da schönes auf uns zukommt als ich vorhin geguckt habe das aber jetzt auch schon ein paar Stunden her da waren wir knapp vorne kann sich ja jederzeit ändern ja das ist wir sind jetzt in unserem 50 50 Match äh wenn wir das gewinnen oder falls wir das gewinnen dann ähm werden wir im nächsten richtig auf den Sack wieder kriegen wenn wir das verlieren oder falls wir das verlieren dann äh sind wir Favorit dem nächsten also natürlich werden wir lieber wir gewinnen nicht weil ich auf den Sack kriegen will sondern ähm das zeigt dann dass wir die 50 50 Matches gut bestreiten können ne ok ähm so das haben wir ich würde sagen wir machen zuerst die Turnieraufstellung und gehen dann in den Loot zum Schluss mit allem mit allem was wir haben gehen wir dann rein gut also auf geht's Turnier bumm Sturmangriff 3 Sterne ach eh ja dem geht die Aufstellung ja schnell Sturmangriff 3 Sterne ah warte mal ähm das ist kein Grün aber wenn man jetzt was Rotes hat ne kann man das äh kann man das theoretisch machen aber wir könnten hier zum Beispiel so stellen auch haben theoretisch weil kein Grün und ähm stellen hier unsere Freunde hin ne die nehmen wir ja sowieso mit die Freunde die True Evil Freunde Bauch an lassen wir da in der Mitte und dann nehmen wir noch ähm ach Quatsch Grün ist gesperrt dann stellen wir was Blaues hin jetzt war ich grad durch ne ähm was wir aber machen können ist dass wir Bauchhahn trotzdem mitnehmen und in blau könnte man Dawn stellen aber wir wollen ja auch killen ne also würde ich wahrscheinlich ich würde wahrscheinlich Yuka einstellen jo jo das kann man so machen müsste meine Toons auch leveln ne ja aber so können wir es machen das ist ja relativ einfach immer bei bei drei Sterne Rush da stellst du einfach die Tree Evil und das läuft dann schon äh hier ist jetzt natürlich die Sache nehmen wir den Yuka Hain würde glaube ich den Tree Evil lieber da hinstellen noch ein bisschen noch ein bisschen zentraler und da außen können wir den Bauch anstellen das passt schon so defensive Truppe das passt du bist ja krasse ne er ist ja krasse weil er hat den Limit Break die anderen haben ja noch nicht mal einen Limit Break machen hier alle auf ja ach ja warte mal aber der krasse der muss eigentlich dann links davon hin damit der halt richtig reinballert ne so eine Feinjustierung zack Bauchan macht eh nicht viel Schaden der kann auch die defensive Truppe kriegen der ist ja nur für Mana Clown da so ja ja viel Spaß bei Rush das wird wieder schön ok dann gucken wir uns den Loot an was ist erstmal bei mir rumgekommen ein Alpha Aether ich lasse mal hier wieder mythische Visionen im Hintergrund laufen falls ja irgendwas cooles kommt ähm ein Alpha Aether bei dem Donner Einhorn ich hab da glaube ich zwei Angriffe gemacht weil ähm da waren viele schon wieder so ein bisschen über dem Score da hab ich mir gedacht komm dann mach lieber ähm was gemütliches C ist ja eigentlich auch nicht schlecht 50 Embleme und ein Alpha Aether ist ganz gut mystische Vision hat mir hier ein Schildkrötenbanner zwei Juwelen und fünf Paladin Wappen gegeben dann hatten wir die Kriegstour da war die war im Endeffekt war die komplett schlecht die war wirklich komplett schlecht das einzig Gute war tatsächlich der Alpha Aether wieder am Ende ne also ähm das hat diesmal diese Woche funktioniert zwei Alpha Aether durch ähm jeweilige Belohnungen kann man erst mal mit leben zweite mystische Vision ein Mana Trunk und zwei Juwelen übrigens äh wer es noch nicht gesehen hat der Turm ne der hat jetzt mehrere ähm Etagen das kann man können wir jetzt noch mehr Werbung gucken auch cool äh dann mystische Vision wenn wir davon reden 20 Embleme ein Kostümschlüssel ja und man sieht eine versteckte Klinge für mich nicht mehr relevant ja aber vielleicht für den einen oder anderen der jetzt noch am Anfang ist und tatsächlich diese Klingen dann auch ähm relativ häufig brauche ja äh die war halt auch dabei also nicht schlecht dritte mystische Vision ein Schildkrötenbanner drei Juwelen also war nichts cooles jetzt dabei und dann kam mein mein Turnierloot schon also war nicht viel aber waren coole Sachen dabei mein Turnierloot ja top 1% ähm zwei zwei Sterne äh zwei drei Sterne und vier Sterne das war es leider also ähm wenn man da verzweifelt irgendwie mal nach einem Fünf Sterne Äther bei mir sucht schon lange nicht mehr vorgekommen bei Turnierbelohnungen ich muss wahrscheinlich einfach mal schlechter sein um die Fünf Sterne Äther zu kriegen werden wir gleich sehen bei den Leuten die mir äh was zugeschickt haben ich hab's auch warte mal zwei vier sechs ich hab's auch elf Leute elf Leute hab ich's äh eingeschränkt ich hab deutlich mehr Anfragen gekriegt aber ich kann's halt nicht zeigen ja das äh dauert dann tatsächlich ähm zu zu lange und äh wir wissen ja auch dass das halt alles random ist ne aber ich will halt weiterhin zeigen wie krass die Unterschiede sind und ähm da fangen wir dann einfach mal an und haben äh Jan mit mir aus der Allianz ist im Endeffekt fast genauso nur dass er halt 9 5 Sterne dabei gekriegt hat mhm Positionierung ungefähr gleich ne aber im Endeffekt ein bisschen ein bisschen besser so dann haben wir Volker und da sehen wir schon guck mal da sind 2 3 Sterne 2 4 Sterne und ein 5 Sterne bei top 5% so das heißt er hat schon mal 5 Eter gekriegt nicht so wie ich und Jan 3 und die waren auch noch deutlich besser mit den top 5% halt ja ein Scheldon wer wieder Böses dabei denkt ne also wenn ich das so sehe dann denke ich mir auch ja gut dann hoffe ich mal dann stelle ich absichtlich mal eine beschissene Defensive damit ich schön auf auf E bin und wenn ich dann noch ein zwei Matches verliere jetzt nicht absichtlich ne aber so dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass ich in top 5% komme und dann gibt es coolen Loot wir werden auch sehen ähm dass top 1 halt nicht immer geil ist pass mal auf da kommen noch andere Dinge so dann haben wir Vale Platz 23 ja also wir sind hier jetzt in der top 25 vom ganzen Turnier und ähm 3 3 Sterne und ein 4 Sterne ja er hat zumindest ein 3 Sterne mehr gekriegt als ich mit ähm 2900 Punkten oder 2800 und ein paar zerquetschte Punkte weniger super ja also ähm da sind wir wieder an dem Punkt wo ich sage top 100 Leute sollten äh safe irgendwas kriegen haben sie sich verdient aber naja Spiel sieht es anders der Zufall sieht es anders und ähm da machst du dann halt nichts also als Vergleich ja top 25% Thomas ähm gleiche Anzahl an Aether wie ich mit top 1% nur dass ich noch einen 4 Sterne habe und eher einen 3 Sterne super ist jetzt kein krasser Unterschied also da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz auf meinen 4 Sterne Aether ja ähm merkt ihr das mal merkt ihr das mal top 25% ja top 25 3 3 Sterne das äh wird noch wichtig werden pass mal auf ähm dann haben wir Shadow Ninja mit 3 3 Sterne und 2 4 Sterne mit top 5% ja ist äh anzahlmäßig von den Aethern her ähm besser als die ähm Loots mit top 1% also es gibt mehr Aether ne und ähm klar wenn wir jetzt mal bei Jan den den 5 Sterne Aether da rausnehmen dann ähm sind die top 5% Loots bisher gefühlt besser als die top 1% Loots aber auch da wieder ähm finde ich halt komisch also unabhängig davon dass das alles Zufall ist wie welche Anzahl an Sterne es sind finde ich es trotzdem immer auch so ein bisschen erstreckend äh dass sich die Anzahl halt auch so gravierend unterscheidet ne das werden wir jetzt gleich auch noch äh im weiteren Verlauf sehen also immer die top 25% von Thomas merken so dann haben wir äh Mario mit 3 3 Sterne 4 Sterne und 5 Sterne top 5% ja da war wieder der 5 Sterne Aether versteckt ähm also auch da in dem Fall auch wieder 5 Aether und ein 5 Sterne Aether also eigentlich super gelaufen für ihn ja mit top 5% und jetzt pass mal auf wo hast du die top 25 gemerkt ne siehst du was ich da meine der top 25% Loot ist genauso gut sogar in dem Fall was wir da sehen sogar besser weil er hat sogar noch zwei unerzählte Geschichten Münzen mehr aber beide haben 3 3 Sterne Aether und Mahoney war Platz 2 im gesamten Turnier Platz 2 hat 12.000 oder 11.900 Punkte mehr als top 25% Loot kriegt aber die gleiche Anzahl an Aether und auch sogar die gleiche Sternenanzahl und das finde ich scheiße ja den top 25% Loot lassen wir den einfach mal so stehen aber für Rang 2 oder generell auch das was Vale hatte mit Rang 23 wie schäbig ist das denn ja ich meine klar die wenn die so weit oben sind die mussten sich nicht einkaufen das heißt alles was die kriegen ist free ist wirklich free wenn du dich halt einkaufen musst dann müsstest du jetzt diese 75 Juwelen umrechnen in wie viel Euro sind das oder wie viel Cent oder keine Ahnung was ja wenn du dann den Loot kriegst ähm ah hier top 5% wenn das daran wenn es als offensiv daran lag dann kannst du jetzt sagen okay ähm meine meine 75 Juwelen haben mir einen 5 Sterne Aether 2 4 Sterne und 2 3 Sterne Aether das ist dann gut aber wenn du so einen Einkauf machst und hast dann am Ende ähm weiß ich nicht äh nur 2 3 Sterne Aether da am Ende dann sagst du dir auch okay das war scheiße aber das das finde ich halt krass ne denn so unabhängig davon mh ist es dieser dieser gleiche Loot der einen da halt anlacht und du siehst halt es ist wirklich Rang 2 gegen einen aus Top 25% Loot das macht mich halt ich obwohl ich weiß das ist alles Zufall aber es macht mich halt irgendwie schon wieder so ein bisschen ein bisschen traurig so dass das dass das nicht einigermaßen geregelt ist ja dass das wirklich so krass zufällig ist weiß ich nicht halt irgendwo auch wieder blöd ne sondern haben wir Chili ja guck mal Chili hat auch noch mal einen rausgehauen mit Rang 451 kriegt er 2 3 Sterne Top 1% 2 3 Sterne hat er sogar und da ein bisschen da sind wir jetzt sogar noch ein bisschen krasser da hat er sogar einen schlechteren Loot als derjenige mit als Thomas mit Top 25% und er war Top 1% hat im Endeffekt fast das Minimum gekriegt also ich glaube ein Ether obwohl es gibt ja auch Leute die keinen Ether kriegen also mit Top 1% also das gibt es tatsächlich auch aber das ist kurz davor kannst du dir eigentlich dann auch schenken für 2 3 Sterne Ether und das hier noch nicht mal aufzustehen weiß was ich meine deswegen es ist faszinierend was ich auch lustig fand tatsächlich du musst dir halt also eigentlich gar keinen Kopf mehr so wirklich machen kaufe ich mich jetzt ein kaufe ich mich nicht ein ich meine ich mache es zum Entertainment dass wir dass wir dann 5 Tage im Optimalfall 5 Tage Turnier haben und Spaß haben und sowas alles das ist ja gut aber für Leute sage ich jetzt mal die wirklich wenig Juwelen haben oder auch nicht so wirklich Bock auf diese Turniere und einfach so lange spielt ganz einfach dann da würde ich mich nicht einkaufen also ich kaufe mich eigentlich prinzipiell immer so ein dass wir Spaß im Video haben so ne das ist so der Sinn weil vom Loot her bräuchte ich es nicht siehs ja siehs ja ich kriege ja mit Top 25% schon besseren oder genauso guten Loot wie ein Top 1% oder sogar besser wenn wir Chili angucken also deswegen für den Loot würde ich es nicht machen ich mach es halt einfach zum Entertainment dass wir dann da alle 5 Tage haben und deswegen hab ich auch kein schlechtes Gewissen mehr wenn ich am letzten Tag rausfliegen sollte und da sind nur 3 Angriffe offen oder sowas ja so what mein Loot ist auch nicht geil seit Wochen seit Monaten vielleicht sogar schon im Turnier ähm da lohnt sich das definitiv nicht so und dann haben wir aber nochmal zum Vergleich nochmal was schönes äh von Bodo mit äh Top 1% 5 Sterne Aether und 3 3 Sterne ja also der Loot ist deutlich besser als Rang 2 und andere Top 1% Loots gibt es dann also doch den 5 Sterne Aether in Top 1% ne dann haben wir noch Top 5% ja mit äh mit Gertel äh ja ist auch auch Minimum ja 3 Sterne und 4 Sterne so gerade eben 2 noch abgestaubt und äh für Top 5% ja guck dir die anderen Top 5% Loots an dann weißt du auch wo der Hammer hängt ne also manche kriegen Top 5% 5 Aether und da sind es jetzt wieder nur 2 manche kriegen bei ähm Top 5% wie gesagt 5 Aether und manche kriegen in Top 1% nur 2 also es ist ähm ich würde das komplett anders irgendwie regeln ja und dann haben wir aber noch zum Abschluss jetzt als letzten noch was Schönes was von ähm von Alias also Omen Est Nomen und äh wenn ich da mal gucke das ist Top 1% Loot es geht mir jetzt hier primär gar nicht um die Aether das sind 4 Sterne und 2 3 Sterne das ist nicht gut aber worum es mir hier geht es ist ein Fernrohr dabei und ein Emblembuch das habe ich so auch noch nicht gesehen ja und dann halt auch noch äh 2 2 Goldmünzen Reset Token also das würde ich sagen ist äh zwar nicht nicht aufgrund der Aether aber so im Gesamtpaket ist das ein guter Top 1% Loot weil du kannst mit dem Buch was machen du kannst mit dem Fernrohr was machen du kannst mit den Münzen was machen bei meinem Loot waren zum Beispiel 3 Silbermünzen wieder da beim Turnier Loot also ähm das ist von den Aethern her ist das ein schlechter Top 1% Loot aber so in Summe mit Fernrohr und Buch es ist dann wiederum gut ne also da siehst du halt einfach wieder wie komisch und unausgeglichen das halt ist aber es ist halt einfach reiner Zufall ja also noch besser können wir es ja gar nicht zeigen wenn du siehst dass äh Top 25 besseren Loot hat als Top 1% teilweise nicht nur ne aber teilweise und sogar den gleichen Loot hat den Rang 2 gekriegt hat ist halt ähm klar für Chancenausgleich und äh Chancengleichheit und sowas alles und Chancenausgleich das wollte ich gerade sagen ist das natürlich ne schöne Sache dass du nicht äh sagen kannst ich werde immer nur Top 10% hab nie Chance irgendwie was Gutes zu kriegen doch hast du ja nicht weil du heißt nicht weil du nicht Top 1% bist dass da kein guter Loot kommt in der Regel kommt er ja sogar bei primär bei Top 5% wie wir so hier so in den letzten Wochen mitkriegen ne also von daher es bleibt spannend es wird spannend bleiben ich bin auch auf nächste Woche gespannt und wie gesagt an die Leute deren Loot ich jetzt nicht gezeigt hab tut mir leid aber der war so ungefähr gleich mit dem den ich schon hatte mhm und deswegen ähm schreibt mir einfach nächste Woche dann dass ich äh jetzt in diesem Video den Loot von euch nicht gezeigt habe und dann wird der womöglich dann äh bevorzugt für das kommende Video dann ja und in dem Sinne würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe wir sehen uns später im Livestream wir haben einen schönen Gegner und ähm ansonsten viel Glück beim Event spielen noch beim Event beschwören und beim Krieg und bei allem anderen was im Spiel ist und bei allem anderen was im Real Life so angeht und abgeht also von daher sehen wir uns hoffentlich im Livestream später ansonsten einfach im nächsten Video deswegen macht's gut vielen Dank fürs Zuschauen in touch in touch in touch Untertitelung des ZDF, 2020